direkt über mir um jetzt nicht mehr müsste weg sein weil ich höre noch für einen Prozent das Sohn Prozent 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 als Holz von Kampfer das war schon mal Böckenholz sammeln auch mehr gar nicht wir machen Steinhaus die in der aber Hallo und Boden aus Stein ist auch um die Kacke alles aus Stein ist doof 0 auch er hat das hier eingebaut er denn jemand und das Holz in der Baustelle das kann doch aus der letzten Season oder so das soll jemand keine Ahnung wie sie kommt auf jeden Fall es geht in der Tiefelmeier zwei Hände wo ist die Spinner auch Gott noch ich bin so dämlich ich nehme natürlich nichts zu essen t habe ich mich verjagt nur wegen die wo er wegen anzummen sagt es zu Gott wegen hier ich wollte es eigentlich sagen aber ich hab dann ich hab mich noch korrigiert aber auch nur ein bisschen wir machen aber später dann doppelte Böden damit jeder einen anderen Fußboden haben kann ja pro Etage einen anderen Fußboden ich meine oder nicht pro Etage halt dass wir dass wir Prozent nicht gehen Fußboden haben der auch als Deckel gedacht ist ich ich auch mal die Krise er die lange nehmen schon auf ich habe gar keine Ahnung das aber schön ich glaube ich bin gleich tot und ich nähe ich ich glaube wieder am Haus ein okay ich bin so gut wie tot wenn ich jetzt noch ein Skelett abschießen bin ich weg oder war das Spiel auch normal oder easy ich glaube normal nein egal ich bin gleich in der Nähe 0 9 ich bin am Dschungel gespawnt das ist so schön ja weil ich dann zu dir laufen dürfte wieso weil du dann bestimmt im Dschungel bauen willst wo ich hatte ein Inventar das passt wer da er ausreichend da ist das Ding jetzt abgerissen das Baumhaus ja 9 also so ein paar Katze ist auch schon dort mehr die hat doch alles mitgenommen ja aber ein bisschen wie sich schon da und ich meinte oder hat er noch k k k k m k wer von wo und da so hat mir ein Bogen k k k k k k schluchers k k k k k k k wer ganz einfach ein äitere k ich nehme ein skeller k kann keinbeưa also hier sind schon ein paar Schlaglöcher so ohne so viel wenn ihr auch und Führer aber ist der Krieg dann ist das Spinner Mister Spinner Messe Spinner Miss Spinner aber mein Beitrag wie aus irgendeinem Grund alle Messer zwei Krieger K ja jetzt hab ich ein Loch im Haus nein ja genau wäre aber voll geil gewesen Hi! Super! Hi! Ich hab richtig Bock auf Chips Michy hallo! Chips! Oh geil hab ich aber Glück Joa ein bisschen gut kommt er schon bald zusammen Hallo! Chips! Ich liebe es! Okay sorry an das Mirko IP oder für manche die ihn nur das Mirko nennen es gibt auch schon ein normaler ein typischer Tag auf YouTube Nummer 2 wird das nicht so gut wie Teil 1 ich hab's mir schon angeguckt ja ich find's so gut als Teil 1 ich find's nicht so gut Vital Lanz egal du bist über mehr das ist nicht mit auch gehen Nene der schon nicht da sind wir nicht mehr Chips 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 Alter die ersten paar Folgen mal eben nur so ein bisschen Steine abbauen weil es so viel Spaß macht's Naja Oh du hast alles nochmal verliert okay Quatsch Scheiß nette Kabel ey Ja und jetzt hab ich Aber es hat noch nicht einmal geleckt bis jetzt in der Aufnahme find ich gut Ist doch geil Ja ist es auch Leider geil Leider geil too du doch nicht so du magst es doch auch Ich bin kein Teil von dir Ha jetzt haben wir es selbst komponiert jetzt dürfen wir es hochladen Ja das ist ja schon bald groß als die geh Aber Junge Du hast mich mit der Spitzhacke geschlagen Wie viel Eisen hattest du bis jetzt? Gar nichts. Nein. Nö. Bestimmt, dass du das geklappt hast, was ich mir da reingelegt habe. Ja, genau. Ich kann ja nicht so gut formen. Ich habe jetzt erst zwölf. Alter, fütte Sache. Schwitzt meine Hand. Ich würde mir nicht erst so scheiß Axt machen und so. Da reicht auch nur Stein. Ich würde mir erst mal Rüstung machen. Kann sein. Ich form jetzt aber erst mal mit. Ich würde sagen, du solltest dich verpissen. Nein. Ich wollte eigentlich gar nicht weitergehen. Ich habe schon genug. Nein. Dann fahre ich jetzt und du machst was anderes. Wir brauchen noch mehr Holz. Super, wo ist deine Eisenspitzsacke? Hier. Äh, Eisenachs. In der Natur. Äh, in der Natur. In der Kippe. Ah, die Schnauze, ey. Frischanschwein. Das ist vielleicht jemanden, den du ganz gut kennst. Und den holst du. Ja. Ey, dein Bro war heute auch beim Arzt, ne? Ja. Ja, heute Morgen. Habe ich ihn gesehen. Ja. Ja, beide, deine beiden Brüder waren da. Ja. Ja. Aber ja, Alex verstehst du, aber warum bei Thomas? Keine Ahnung. Vielleicht wegen seiner Platz von Bündel. Warte? Ja. Wo? Es irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Gegen irgendwas gegengelaufen, glaube ich. Unglücklich. Ich werde, du findest es lustig. Ich kann es mir nicht vergleißen. Wäre ich dabei gewesen, ich hätte so ausgelacht. Du bist so assig. Okay, ich habe jetzt. Ich bin doch nicht assig. Ich doch nicht, Lars. Was denkst du denn? Gut 15 Stacks. Reicht das nicht erstmal? Nee. Ja, mich muss natürlich gleich wieder die Villa des Jahres bauen. Ja, muss ich auch. Oder lass uns das weiße Haus in grau nachbauen. Bis dann irgendwelche Leute fragen, gibt ihr die Metz und Donut frei und vier? Wir wissen nicht, wie das geht. Ja, das müssen wir uns echt mal durchlesen. Durchlesen? Hast du gerade eine Kippe angemacht? Nein. Ich auch gar nicht. Ich weiß. Oh Gott, das ist ja schon fünf. Ich muss eigentlich noch was Schulbeschluss machen. So, aufgeschissen. Warum mal jetzt hoch? Einen nach oben. Nein. Doch, mach mal, da ist nichts. Ich stehe über dir. Hier. Hier ist nur eine Steinfläche. Du stehst nicht über mir. Ich sehe deinen Namen nicht mal. Boah. war als ein spitz hat hier ist er war kaputt und Partie ja wir haben recht zu viele Seasons